Das war ein Ungarn. Und hier wird Schmutz in den Oberholen, kommt mit denen die Tür sagt, was bist du? Ich brauche mir gerade selber einen Tisch. Das geht doch sehr, wenn ich mich nicht mehr überraschend bin. Ich wollte eigentlich nicht mehr so ein bisschen mehr. Das geht nicht mehr so ein bisschen mehr. Das geht nicht mehr so ein bisschen mehr. Ich habe Spiele in der Arm.